Jetzt So viele Müsli rein für die Rebecca Patsch Die Rebecca So ein tolles Spiel. Und weiter ausräumen. Weiter ausräumen, Rebecca. Und weiter ausräumen. Findest du keinen, der dir schmeckt? Okay. Okay. Gleich ist die Schüssel leer. Fertig? Guten Appetit. Gibt es da noch was in der Schüssel? Mama. Das ist für die Mama. Leer ist die Schüssel. Hast du gut gemacht, Rebecca. Rebecca. Kannst du da Mama winken? Kannst du da Mama winken? Hm? Mama. 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 Papa. Papa. Papa, Rebecca. Winken. Winken. Winken.